Valentina Doronina liegt Schattverlauf mit Promi-BOX-Gegnerin, Essen, eigentlich steigt Realitika-Wallnudel Valentina Doronina 24 erst beim großen Promi-Box-Event, Fame-Fighting am 9. November in den Ring. Doch schon jetzt hat die Sommerhaus-Diva einen harten Treffer gegen ihre Gegnerin Hatica Hati Swares 24 gelandet. Die beiden TV-Sternchen gelten als verfeindet, seit beide vor zwei Jahren gemeinsam für Germany Shore vor der Kamera standen. Immer wieder feuerten sie heftige Giftpfeile aufeinander ab und waren so schnell in aller Munde. Nun aber hat Valentina bei Instagram Private Chat Verläufe mit Hati geteilt, die den Schluss naheliegen, dass der Zoff zwischen den beiden Diven am Ende doch nur gespielt gewesen sein könnte. In dem zusammengeschnittenen Video ist zunächst ein Ausschnitt aus einer Nachbesprechung der damaligen Germany Shore Staffel zu sehen. Darin gibt Hati zu, das aus ihrer Kontrahentin bei der Reality Show gefordert zu haben. Ich habe gesagt, cancel Valentina for Season 4, verrät die 24-Jährige. Anschließend teilt Wale, die zuletzt durch die Trennung von Ken Kaplan, 27, in die Schlagzeilen gekommen war, die privaten Chat-Verläufe, und die sehen ganz und gar nicht danach aus, als ob sich die beiden Trash-Kolleginnen nicht leiden könnten. Valentina Doronina behauptet, Hati wollte insgeheim einfach meine Freundin sein. Konkret ging es in dem kurzen Gespräch um das Fame-Fighting-Event. Wäre schade, wenn du nicht dabei bist, schmiert Hati ihrer Gegnerin etwa Honig ums Maul. Außerdem war auch TV-Bekanntheit Emmy Russ, 25, Thema, immerhin galt die zwischenzeitlich als ganz heiße Anwärterin auf den Kampf gegen Valentina. Zu dem Post schreibt die Promi Big Brother Teilnehmerin, das arme Mäuschen wollte insgeheim einfach nur meine Freundin sein. Das arme, verbitterte Mäuschen VorzeitKayn Ich hab mich oft ausgesheim geîmar, aber davon hat mich erstmal sie gespürt. Klar hatte mich ausgestрьt, wo wir seine Menschen machen. Vielhaft ausgesуем aber daraufschieden sich, wie sieoscope, Ayla ist таким, wie wir ihnen verletzten. gray Wälderinnen aus Training sind immer Gefühl, dass man für die inhaltung nicht leiden kann. Neuern hit es einfach nur, blaam Wälderwälder, Vielen Dank.